Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Ine Die von Rav Camora. Alle weiteren Informationen zu diesem Album und der Tracklist sowie natürlich auch die Links zum Album findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ine Die von Rav Camora, das ganze im Dezember 2010 erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Album aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, genauer gesagt ein Mixtape, das ganze über Wolfpack Entertainment erschienen. Ine Die 2003 bis 2010 nennt sich das Ganze. Also wir haben hier unveröffentlichte Songs, Skizzen, alles mögliche aus den Jahren 2003 bis Ende 2010. Hier unten lesen wir es nochmal über 400 unveröffentlichte Bars, unsensiert und 100% raff. Aus den Studios, direkt auf CD, gemixt von Katie Supere und DJ Max. So, Rav Camora präsentiert. Das ganze über Wolfpack Entertainment erschienen. Seitlich beschriftet, super Jewelcase und auf der Rückseite die Tracklist. 20 Tracks an der Zahl. Ein einziges Feature ist hier angegeben, nämlich Nassar auf Track Nummer 5. Dann schauen wir mal rein. So, wir haben hier ein Booklet oder zumindest so einen Einleger zum Aufklappen hier. Und zwar haben wir hier alle Songs nochmal kurz in der Übersicht. Erstens mal aus welchem Zeitraum der Song stammt und zweitens von wem er produziert wurde bzw. wer daran beteiligt war. Dann hier noch die Credits zu diesem Mixtape. Und noch Rav Camora La Cox. Also Anspielung hier an La Cost. Das ist ein Krokodil damals. Und dann kommen wir zur Mixtape CD. Die kommt hier in schwarz und grün. So sieht's aus. Und dann lesen wir hier noch Who is Nane. Also ein guter Freund, ein guter Bekannter von Rav. So, das war's auch schon. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von diesem Mixtape. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Rav Camora und auch mich unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Unboxing. Passt aber hier auf. Ciao.